Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Im Angesicht der Ukraine-Krise regt sich nun auch heftige Kritik am Sponsorendeal unserer Schalke mit dem russischen Energieriesen Gazprom. Ein Appell an den Fußball-Zweitligisten, das ohnehin umschrittene Sponsoring zu beenden, teilte der Marketing-Experte und bekennte Schalke-Fan Raphael Brinkert am Dienstagmorgen über die sozialen Netzwerke. Auf Twitter sammelte der Beitrag in knapp anderthalb Stunden bereits fast 700 Likes. Spätestens seit heute Nacht ist klar, die Zusammenarbeit mit dem russischen Staatsunternehmen Gazprom war, ist und bleibt ein Fehler. Denn im FC Schalke 04 seit 2007 singulär Mehreinnahmen beim Hautsponsoring, aber ganzheitlich Mindereinnahmen in fast jedem anderen Bereich wie Merch, Hospitality, Sponsoring, PR gebracht hat, heißt es in dem Statement. Brinkert, der auch die Wahlkampagne der SPD für die Bundestagswahl 2021 verantwortete, galt im vergangenen Jahr auf Schalke als Kandidat für den Vorstandsvorsitz. Zudem war er Initiator der Zukunfts-Elf, ein Zusammenschluss von dem Verein nahestehenden Personen, die ihn beim Neustadt nach dem Abstieg unterstützen wollten. Wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, muss der Verein qua Leitbild und Eigeninteresse unmittelbar handeln, die Sponsorings kündigen und sich am Aufsichtsrat Matthias Warnig distanzieren. Denn zeitgleich bietet sich die Chance für einen umfassenden Neuanfang, wenn man einen Partner findet, der den Vertrag übernimmt, schrieb Brinkert. Eine Trennung von Gazprom wäre ein PR-Coup für alle Seiten, erklärte der 44-Jährige. Auch ein kurzfristiger Support vor Land oder Bund ist denkbar, um den temporären Ausfall zeitlich limitiert zu kompensieren. Brinkert führte aus, etwaige Mindereinnahmen von 2-3 Millionen Euro pro Jahr lassen sich durch Mehreinnahmen in anderen Bereichen kompensieren, insbesondere auch im Merchandising. Denn der Schalke-Anhänger ergänzte selber, als Fan wäre es für mich so lange Zeit das erste Mal, dass ich mir und meinem Sohn einen aktuellen Strecke kaufen würde. Und ich bin sicher, ich bin nicht der oder die Einzige. Gaspong fungiert mittlerweile seit 15 Jahren als unser Hauptsponsor. In der 2. Liga fließen angeblich bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr in die Kassen des Klamm-Revier-Clubs. Also es ist schon ein Deal, der uns extrem viel Geld eingebracht hat und immer noch einbringt. Aber natürlich, und damit ist auch das Deppin, finde ich, vollkommen gerechtfertigt, muss man wirklich überlegen, dass man das Ding vielleicht mal kündigt. Vor allem, wenn es jetzt so weitergeht in der Ukraine, wie es aktuell scheint. Und ich hoffe sehr, dass Schalke da wirklich auch schon ein wenig in der Hintern hat, um da wirklich auch funktionieren und auch handeln zu können. Eure Meinung zu Gazprom? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.